Aber was hat der jetzt für ein Selbstvertrauen? Implemente gab es für Jürgen Klopp. Dafür konnte er sich nichts kaufen. Kahn freute sich. Drei der deutschen Spieler waren die stärksten bei Bayern. Schweinsteiger, Lahm und Deißler. Ja, das ist klar. Wenn wir im Verein Selbstvertrauen tanken können durch solche Spiele und wenn wir spielen, das ist natürlich auch gut für die Nationalmannschaft und wir haben eine gute Mannschaft, das müssen wir nur zeigen.